Hat ein Virus nicht nur die Menschen, sondern auch den Rechtsstaat befallen? Das brauchen wir! Das ist Leipzig! Seid ihr doch da! Hallo liebe Freunde, wir sind hier in Leipzig bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Hier mit Dr. Adam von Christen in der AfD. Warum bist du hier? Seit Monaten sollen wir aus dieser Pandemie herausgeführt werden. Es funktioniert nicht. Und die Maßnahmen werden immer schlimmer und dieser ganze Lockdown ist für mich eine rechtswidrige Maßnahme, gegen die ich als Jurist kämpfe. Und als Christ sage ich, ich bin für die Freiheit und dafür demonstriere ich hier heute für die Freiheit. Herzlichen Dank! Im Arbeitsschutz ist das Geschehen, dass bei Maßnahmen immer eine Pause einlösen. Sehr vereinfacht machen. Schüler dürfen aber oft Stunden lang im Stück keine Tragepause machen, außer mal kurz zum Essen oder Trinken hören. Hallo liebe Freunde hier aus Leipzig. Wir sind jetzt hier gerade bei der Gegendemo, weil die Corona-Querdenker-Demo wurde aufgelöst, zusammen mit Jessica Wiesmann, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Jessica, wie hast du das denn hier empfunden? Also ich denke, dass unter den genau gleichen Fahnschein in den Gründen stattgefunden hat, wie auch schon in Berlin. Jetzt haben wir gesagt, es wurde keine Abstände abgehalten, keine Maskenboden aufgesetzt, obwohl ja Querdenken auch vor Gericht erwirkt hat, dass man dort keine Maskenpflicht mehr hat. Die wurde jetzt um 15.35 Uhr aufgelöst. Jetzt hat sich ein eigenständiger Zug durch die Stadt in Leipzig sozusagen vorangesetzt. Jetzt agiert man hier massiv mit Polizei und wir werden einfach mal jetzt noch vor Ort, denke ich, vorne schauen, inwieweit man gegen uns vorgeht oder auch gegen die Bürger vorgeht. Bei den Gegendemonstranten, die kleine Demo, die es gibt vom Gegner, da macht man rein gar nichts und uns schränkt man halt massiv, wie auch gar nicht überraschend in unseren Rechten ein. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, wir halten das hier im Auge, weil für uns ist Demokratie, Freiheit und unser Grundgesetz nicht verhandelbar. Darum bleiben wir hier für euch vor Ort und werden das weiter verfolgen hier aus Leipzig. Genau, wir kämpfen für euch. Die Polizei fordert hier alle Personen an der Absteuerung auf, Ruhe zu beworben und wieder zurückzugehen und den Abstand einzuhalten. Ich wiederhole nochmal. Ihr Polizisten, ihr steht auch endlich auf, wir sind nicht eure Feinde. Wir behörden euch nicht zu scheinen. Wir behörden euch, schließt euch an, für die Frieden nach, für die Freiheit, schließt euch an! Oder glaubt ihr, liebe Polizisten, eure Familienleiter schon von der Corona-Empfung und den Zwangslassungsmaßnahmen? Nein, mit Sicherheit nicht! Wir sind eine Menschheitsfamilie, das nicht bekämpfen, muss endlich aufhören. Der unsicht bei der Fall ist nicht Corona, sondern die Farma-Fallie. Wir sind eine Menschheitsfamilie, das ist ein Menschheitsfamilie, das ist ein Menschheitsfamilie, das ist ein Menschheitsfamilie.